Finder, so gesichtet. Ja, ja, das ist du ja... Alter, was steht denn da so rum? Tja, würde ich mal sagen, ne, Junge? Jetzt mal geholfen. Mal kurz aufpumpen hier, das Anabolica von Half-Life nutzen, das ist besser. Sehr schön, sehr schön. Rot heißt tot, ne rot bedeutet, ich kann mal nicht rein. Okay, mal schauen. Okay, die geht ja super schnell auf. Kommt aber keiner. Äh, wofür sind die? Ja, scheiße, kaputt schießen kann ich das auf jeden Fall nicht. Das nutzt du schon mal. Moment, 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 Moment. Das war doch beim Original so das Rot. Oh, fuck, ja, genau das ist es nämlich. Fuck, shit. Ja, vom Feinsten, ey. Vom Feinsten. Kann ich das Ding auch nicht kaputt schießen? Das mach ich auch geil. Oh, fuck. Schnell auf. Ja. Ich muss das Ding doch irgendwie zerstören können, das ging auf jeden Fall früher. Oh, Alter, schön selbst weggehauen, ey. Die Frage ist nur, ist das Ding jetzt platt, oder? Ich sehe keinen Laser mehr. Ja, ist platt, sehr schön. Yay. Okay. Das Ding wird auch nicht sterben. Und die Spezialinheiten, die uns retten sollten, die haben es auch nicht so gut getroffen. Oh, ich habe ein bisschen da laufen. Oh, ne. Oh, genau. Drei Stück, oder vier. Garnate. Komm schon. Ich glaube, es müsste alle... Ich schmeiß noch was rein. Eine Spezialinheit, die uns retten sollte? Die hat es nicht überlebt anscheinend. Ich will die Batterie haben. Kann ich nicht. Ist hier irgendwo eine Kiste, oder was? Ja. Dann. 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 Dann holen wir uns doch mal die Batterie. Ja. Sehr schön. Zwar immer noch relativ wenig Lebensenergie und auch relativ wenig von allem, aber mal schauen. Wenn ich mich richtig vom Original Half-Life erinnere, sind die blauen, glaube ich, Bomben, die irgendwie hochgehen, wenn man sie berührt. Und die roten steuern dann mit diese Geschütze. Mal gucken, ob ich da rüberkomme. Na, so geht es nicht. Yay. Boah, schon wieder so ein Vieh. Sehr schön. Das ist ein Achievement. Komm schon. Ach, hey. Okay. Ich hoffe mal, ist das mal, wie es uns jetzt alle waren? Geht es hier weiter? Schauen wir, ob genau es ist. Yay, Lebensenergie. Ich glaube, die kann man zerstören. Wenn ich hier auf den Sensor komme, geht auf jeden Fall hier alles hoch. Also, ich werde auf jeden Fall dann abgeknallt von diesen komischen Dingen. Na, das ist was gebracht. Ne, natürlich nicht. Keine Art. Ah. Da war noch eine. Ah, das sieht gut aus. Yeah. Komme ich hier raus? Ne. Kann ich hier hoch springen? Hier ist auch nichts mehr. Mal Munition, ey. Ich brauche mehr Munition. Von hinten oder was? Ey, ihr seid so scheiße. Haben sie schön darauf gewartet, dass ich das Ding fertig gemacht habe? Ja. Ja. Komm schon. Ja, ja. Ey. Die haben schön gewartet, bis ich das Geschütz zerstört habe und dann haben sie gedacht, sie können mich schön von hinten. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Äh. Das ist ja super ungeil. Da ist so ein Geschütz. Da sind wir schon auch mal welche. Ja, komm jetzt. Haut mal ab, ey. Haut bloß mal ab. Wie viele von denen auch, ey. Na ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon. Na, siehst du mich nicht? Komm. Komm zu Papa. Ja. So. Äh. Wie ich da jetzt durchkomme? Laufen, glaube ich. Ich werde... Oder ich mach das Ding zu, dann kann ich das vielleicht schaffen. Wenn ich jetzt einmal falsch springe, ey. Wenn ich jetzt einmal falsch springe, ey. Muss ich ein bisschen kriegen. Einmal hin. So. Oder ich lauf da einfach durch. Ich muss ja nur da hinten hin. Dann werden da die Wissenschaftler wish who cares, ey. Mal schauen. Oh, ey. Sind so blöd, die Sprengfallen. Oh, schön. Sehr schön. Ein bisschen Blut tut gut. Ja, toll. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Woherl fast ist? Süßboen. Bähl. Mal schauen, wie es hier klappt! Super sind. Bringen. Wannsze. Fertig. Bähl. Jawohl. Was kann ich hier machen? Ach ja stimmt, klar. Ja, hat ja eben eine MP5 gedroppt, das wäre ganz geil. Mal sehen, yes, yes, ho, 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 now I have a machine gun, wie ein Stück langsam zuhören. So, mal kommen hier. Alter. Ja, genau Jungs, jetzt gibt es doch Small, das ist ja wie ein richtiger Shooter jetzt. Wie man halt immer nachladen muss, wenn man gerade nicht kann. Noch mehr? Schön. Ja, natürlich noch mehr. Yay. Lass uns alle kümmern hier. Oh, wie man halt hier auch nicht mal mit einem Duck Jump hochkommt. Okay. 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 Das war irgendwie mal ganz cool. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Problem, ne. Ich bin ja nicht Ethan Hunt in Mission Impossible. Wie soll ich denn das schaffen? Mal gucken ob da auch ein anderer Weg ist. Wir hängen schon wieder so viele Viecher rum, ey. Okay. also muss ich wohl doch hier mal mein glück probieren aber da kann ich ja nie durch geht's geil ich das ding benutze weil es noch eine ok der eine ist schon mal weg wie soll ich denn hier durchkommen wenn ich das feier ding zu mache das ist egal weil der hier trifft mich nicht mehr scheiße das war bestimmt nicht der beste weg um es zu machen aber hat geholfen und toll habe ich selbst noch fast am ende in die luft gesprungen so da sind schon wieder welche weiter überall natürlich wissenschaftler Oh Mann, ey. Ich krieg den nicht, ey. Komm schon. Noch einer. Ey, wie viel sind denn da? Ich krieg den nicht, ey. Nicht, ist das der letzte, ey. Oh, komm schon. Alter, 16 Health, ey. Oh. Aber Munition erstmal holen. Wir sehen, was hier noch ist. Okay. Das sieht gut aus. Ja, Health Pack. Juhu. Ey, das war auch wirklich, wirklich, wirklich dringend. Post verreckt. Ey, da hängt doch wieder so ein Ding raus. Ach komm, ey. Mich kriegst du nicht. Ich habe ein MP5. Ah, hier ist es ja eher ruhiger. Aha. Wieder solche Vieche. Die sind hier aber auch echt viel. Man muss die ganze Zeit aufpassen, dass man da nicht reinrennt. Das ist schon echt krass. Munition. Oh ja, klar, natürlich. So, weg. Strafe-shooting wie in Counter-Strike. Okay, da ist noch einer. Wo ist noch einer? Da ist er. Der ist. Das ist der letzte, glaube ich, ne? Ja. So, das ist der letzte. Alter, bleib mal hier, du Spinner. Ah, jetzt habe ich ihn. Da unten. Ach, das ist der Raum, wo ich nicht hochkam. Jetzt bin ich sozusagen da drüber. Sehr gut. Mal sehen, was hier noch ist. Da komme ich nicht rein. Oder? Ne. Ist ja so nichts drin. Mal schauen. Okay. Das ist so, wie... Die Dinger sind so ein bisschen wie in Half-Life 2 am Anfang. So, mal schauen, ob ich hier weiterkomme. Ah, da komme ich weiter. Sehr gut. Das ist ja das, wo ich vorhin versuchte, der Bruch zu sprengen. Wieso ist jetzt hier keiner? Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Oh, das stimmt, endlich, Mann. So. Okay, wenn ich jetzt hier lange... Okay, wir schauen. Oh, das sieht aus, da habe ich jetzt seine Hände gesehen, wie geil ist das denn, bin ich jetzt raus, oder? Oh, fuck! Au! Oh, oh! Sterben! Okay, ich muss da mal schneller gucken. Oha, Granate! Ach kacke, da warten sie alle schon draußen! Oh, wie viele sind das denn? Gucken mal, ob hier oben noch was ist. Okay, ich mag die Räuber. Oh ne, jetzt kommen sie doch nicht. Alter! Oh, ich bin da! Oh, ich bin da! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Und da oben ist auch noch einer! Hey! Ich treffe die ganze Zeit den Kotzen draußen! Keine Headshots wie in Counter-Strike hier! Oh, hier ist noch ein Hubschrauber! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Sonst bomben die mich hier weg! Der ist weg! Der ist weg! Schnell! 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 die denn? Bombardieren? Oh, fuck! Fuck! Ja, geil. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ob der Hubschrauber noch da ist? Schnell mal abhauen. Muss ich jetzt wieder nach unten? Gerade habe ich es noch... Gerade habe ich es geschafft. Gerade habe ich es an die Oberfläche geschafft. Schnell mal abhauen. Toll, sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Ja, das kriege ich doch alles schon hier. Jaja, klar, wenn hier alles platt ist, dann war ich da auf jeden Fall. So, mal gucken, da kommt noch einer, okay, jetzt bin ich ja wieder drinnen im Komplex, das finde ich jetzt nicht so geil, okay, da kann ich gleich durch. Okay, mal gucken. Geil, das finde es auch noch cool aus hier. Ja, jetzt bin ich da, Junge. Hast vielleicht Leute getötet, aber jetzt bin ich hier. Okay, die Tür ist offen. Ach, das ist die andere Seite. Alles klar. Okay, erstmal aufladen. Ja, okay, alles klar. Oh, Schotplinter. Schotplinter. Endlich, Alter, ich habe vorhin noch drüber gesprungen. Endlich habe ich die Schotplinter. Sehr schön, sehr schön. Na, da komme ich nicht hoch gesprungen, oder? Ne. Das ist auch geil. Na gut. So, soll ich jetzt hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach ja, was meint er, ich soll in, ja, denke ich mal hier, ins Silo. Genau, Silo. It's the only chance, hat auch vorhin jemand gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.